Genau, dafür bräuchte ich auch einen Pisten. Dann nehmen wir mal zwei davon. Willst du mir den Igneosigstrudel? Noch paar Dinger herstellen. Vor allem den Namen hast du dir auch so eingepriggelt. Ja, durch dich. Du Spinner, du ey. Och, nö, ich kann nicht. Irgendwie habe ich den Namen Igneosigstrudel. Mir fehlt ein Glas. Was sagt denn die... Oh, das fühlt sich aber ganz schön schnell jetzt auf. Oh, Sandstone. Sandstone kann ich nicht verbraten. Aber Sand. Aber Sand braucht das Männchen. Ein. Äh, Endstone. Und was ist hier dran? Achso, den... Was? Quadnum Field Wing. Sieben Stück. Viel Spaß beim Suchen. Eine mysteriöse Quest in der Mitte. Ja, Zendus. Weißt du ja Bescheid, ne? Bei wem? Bei dir. Bei dir. Okay, hier muss erstmal eine Quest gelockt werden. Oberslave dieses Dings da. Weißt du auch wo das ist? Ja, du bist doch ein... 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 Ein Mool, du. Du bist ein Mool. Achja. Hallo. Hallo? Hallo? Na, wer bist du denn? Willst du mal den richtigen Hausen sehen? Meine Mutter. Nein. Nein. Bist ich meine Mami. Oder bist du meine Mami? Nein. Finde ich auch gar nicht. Schade, ich bin's bei der Mami. Eins, zwei, drei. Äh... Du musst dein Prinzen. Prin, 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 Prinzen. Zin, 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 da. Sechs Stück. Warte mal. Pick. Du, 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 du. Okay. 1, 2, 3, 4. Lalalala. Ich kann ja eigentlich schon mal anfangen zu produzieren. Mh... Mal 2, 2. Machen wir die mal hier hin, obwohl, ne, die Maschinen kann ich eh nicht so weit weg stellen. Oh, das sind am schlössten, was sind das ja so schlauies, eins, zwei, warum bin ich schlau? Du bist schlau, ja. Warum? Darum. Bist du nicht schlau? Haha. Mach ein so, ein so. War ich nicht. Nein, das warst du nicht, das glaube ich dir aber auch, dass du es nicht warst. Ja? Danke. Wenn hältst du mich? Arschloch. Als ich dir das glauben würde. So, eins, zwei. Oh shit. Oh, wie schön hier nix spawnt. Ja, wir haben nochmal alles ausgeleuchtet, ganz schnell. Ja, weil Centus es so gerne haben wollte, weil sonst wäre er doch gestorben, Mensch. Hier spawnt echt grad nix. Ja, das ist irgendwie voll komisch. Ich bin eine Spinne. Ich glaube die sind noch ein bisschen weiter unten irgendwo. Wo wir jetzt nicht hingegangen sind. Aber jetzt hängt alles an zu spawnen. Weil du in der Nähe bist. Ja. Das ist dann natürlich auch geil. Hm. Jetzt haben wir noch vier Wasser Eimer. Eins, zwei, drei, vier. Ich muss aber einen Schluck trinken. Und tschüss. Tod? Da hier. Ich bin unten. Nimm hier mal ein bisschen was mit, ne? Ahhhh. 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 Flash? Ja mach doch. Machst du schon. Na guck mal. Alles was wir brauchen, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Das ganze Ding hier auf jeden Fall auseinander unten. Genug Platz. Ok, so. Nein. Ne, das war klar. So. Ahhhh. Oh, ich brauche mehr von den scheiß Pipes. Kann ich denn noch ein paar her klauen? Oh scheiß, ich muss gar auch welche herstellen. Oh ne. Ihr könnt noch welche her klauen. Hihihi. Hahaha. Danach muss ich unbedingt welche herstellen. Aber irgendwo sind hier andauernd Spanner von Spinn. Die sind immer da. Spinn sind das nervigste was es existiert hier auf der Welt. Ähm. Warte mal. Ähm. Ähm. Äh. Manuel Zepp. Die Quantum Fire Wagon, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht was du willst. Ja, ja. Achso, den Quanto. Ja, kannst dann abgeben. Boah, was nehm ich jetzt? Äh. Ich nehm die Vulkan-Need. Vulkan-Need-Hosen. Blast Protection 5. Ok. Oh. Ein E-Pickback. Ich nehm die lila Hose. Drei Spine-Spawner. Drei Spine-Spawner. Drei Cool-Spawner. Äh. Eier und drei Schweine-Eier. Und ich hab drei Solar-Generator noch. Hahahaha. Kann man mir wieder beistellen. Was ist das mit ner Voli-Eand-Down? Vm-Wulpa-Purple. Eins, zwei. Und den Saturn sind ja voll Fehler und Heat-Wind. Gehst du mal. Warum braucht der Strom grad unten? Achja, der muss sich an der Zelle nur auffüllen. Kann ich wohl die 80er mit den... ...Wetstone-Dingern verbinden? Ja, ne? Ja. Ach, hier sind noch Leads-Zone. Ok, fünf Stück, die reichen. Wollte eigentlich funktionieren. Ja, ich hab noch fünf Stück, die reichen. Erstmal. Goldene Karotten fressen. Jaaaa. Nochmal goldene Karotten fressen. Jaaaa. Sollte vielleicht mal... Boah, ich stürze die bestimmt runter, ne? Vielleicht ist noch ein scheiß Skelett-Spawner. Noch einer, boy. Ah, geht ab. Einfach mal abbauen diese scheiß Dinger. Ah, dann fangen wir mit den ersten Beinern. Eins, zwei. Drei, vier. Fünf. Shit, mir fehlt einer. Welche klau ich denn jetzt erst mal? Ok, nehm ich auch mal mit. Ah, das können die herstellen. Zuck. Viele Melonen dabei. Oh, Eduction-Pipes, jaaaa. Ich muss ja die ganzen Eduction-Pipes mal mobsen. Ähm, das mit den Endstone ist auch fertig, ne? Ok, ja, kümmere ich mich gleich drum. Wie gesagt, die brauchen ja auch 14 Stück. Deswegen sind ja auch so viele. Dann kann ich mich da drum kümmern. Metherrack brauchten wir noch, ne? Konnte man... ...nicht so ne Gold-Chest oder so herstellen? Eigentlich ja. Probier das mal aus. Ich muss mal unbedingt ne fette Chest haben. Das Eisen kann ich ja noch herstellen. Wenn das geht, wäre das super awesome. Ach, ich muss erstmal ne Eisen-Chest herstellen. Ne, geht nicht. Ne. Muss ich mal googlen. Vielleicht... Vielleicht haben wir noch... Chest-Option. Chest. Normale Chest... Ach, äh... Bronx... West-Chest, Silver-Chest. Ok, Gold-Chest. Da muss ich ne Silver-Feuer machen. Für ne Silver brauche ich ne Bronze. Ok. Solche Dinger kann man machen. Ne Bräst-Chest. Ah, das ist... Kupfer plus. Kupfer? Ja. Was ist das? So. Die ist kein Problem, die. Ernsthaft. Muss das Ernsthaft West sein. Sein, ja. Zinn und Kupfer Dust. Gibt's zwei Stück. Autsch. Ich brenne schon wieder. Aber... Meine Rüstung hält das gut ab. Ja, sehr froh. Dann ist das doch gut. Boah, die ist... Auf jeden Fall sind hier viel zu viele Zwischenräume, wo die Scheiß-Miss-Ficher spawnen die ganze Zeit. Nice. Autsch. Wir haben schon wieder Sugar in der Dust-Kiste. Wer macht sowas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was hast du gefunden? War das nicht? Mit dem Dust. Achso. War das nicht? Nein. Nein. War das nicht? 10, 2, 3, 5, 4, 7, 4. Wann? Ich bin... Untertitelung des ZDF, 2020